Irgendwann komme ich in die Probe und kriege direkt drei Wins. Da soll jetzt anscheinend das Ranked System ganz überarbeitet werden, gell? So wieder. Ja, aber es ist also so, dass du irgendwie sogar für jede Rolle eine eigene Einstuchung kriegst. Weißt du, wie ich meine? Sehr oft Ranked spielen mit verschiedenen Rollen. Ja. Also wenn du nicht nur ADC spielen kannst, dann hast du auf ADC vielleicht eine Silberwertung und auf allen anderen, ja, quasi nix. Macht mir nix, sag ich eh, alle möglichen Rollen durchs Spiele immer. Ja, aber ich. Aber ich mag eigentlich die ADC-Rolle, ja sonst. Top mag ich auch, den Rest mag ich nicht so eigentlich. Der Riesel, der Schnee. Ja, du. Mach's auf dem Desktop. Ah, ich starte mal mit dem Red. Ah, das ist jetzt der indirekte Hinweis, dass du Hilfe brauchst, oder? Wäre nicht schlecht. Hm. Red machen, Blue machen, dann kann ich hoch auf die Top. Hm. Ah, scheiß Timo, oder? Timo wird halt wahrscheinlich den Swain anpushen. Ich weiß es nicht. Ich denke eher, dass der Nautilus bestimmt auf Bot rumhängt. Ich glaube nicht, dass der auf Top ist, um ehrlich zu sein. Ne, der Timo ist da. Ja, sag ich ja. Ich glaube nicht, dass der Nautilus auf Bot rumhängt. Äh, auf Top rumhängt. Ich meine Supporter, der nicht mit AD startet. Äh, mit AP startet. Ich glaube nicht, dass der Nautilus ist. Wo werde ich gebraut? Ah. Ahem. Ich glaube nicht, dass der Nautilus ist. Ich glaube nicht, dass der Nautilus ist. Ich glaube nicht, dass der Nautilus ist. Ich glaube nicht, dass er wieder mit chairspielen sollte. Ach, der hat Taiping, okay. 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 Ich weiß nicht, falls du mal runterkommen willst, keine Ahnung, kannst schlecht abschätzen. Ach, der hat Taiping, okay. Ach, der hat Taiping, okay. Ach, der hat Taiping, okay. Ach, Kael. Ach, Kael. Ach, der hat Taiping, okay. 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 Der Jarvan hat bisher erst einen Buff bekommen, alle anderen hab ich gesteilt. Ja, nice. Aber dafür steht die Tristaner 2-0. Ja. 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 Komm und rescue me Warum haben Leute eigentlich immer ein Ping-Problem? Schau, ob du hinter den Kommischen noch zu uns kicken kannst. Schmeckt dann. Mal Drake noch machen. Da bin ich gleich am Fischstürz. Also fangen wir an mit dem Drake, aber ... Oh ok, ich glaube keine gute Idee. Ach man, ich sterb halt schon wieder. Oh shit. Nein! Hätte ich ja wenigstens meine Kuh machen sollen. Hätte ich ja noch meinen Kuh machen sollen. Hätte ich ja vorher gestorben wäre wahrscheinlich. Ja, Flash-Kicks. Ja, ich hab mal kurz zwei Kills gekriegt. Ist doch schonmal was. Nope. Das ist halt fast die Hälfte, da die Kills von mir sind. Ja, ich hab mich lassen, naja. Ja, ich hab ja gut aus drei. Ja, schon von sieben. Ich kann ja unten nichts machen. Ist viel zu risky, wenn ich da noch weiter vorgehe. Ich hab halt fast 50 V mehr wie ich. So. Wir tun was wir tun müssen. Ich mach mich schon ein Trick. So schlecht der Trash. So schlecht der Trash. Dort fällt halt der nächste Tower. Puh. Der ist sau hier in der Mitte nicht so beschissen. Hau ab Marvin. Halt, sag mal wieviel Schaden macht denn der Typ. Halt, sag mal wieviel Schaden macht. 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 Oh, fuck. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich hab das beide, die erbrennt schon wieder oben in mir Ey, 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 ist nicht gut Nein, wir weg Also gerade eben sagst du doch noch, da sind viele, komm mal zu dir, aber komm mal. Ob der mit Trifffahrt nie verharrt hat, macht ja gar keinen Sinn. Warte. Ich geh weg. Komm her. Ja, ist gut. Ich muss kurz aufbord. Warum fighten die schon wieder? Ja, was machen wir, wenn die uns von zwei Seiten engagen, Marvin? Ach so, das habe ich nicht gesehen. Die haben halt keinerlei Wars oder sonst irgendwas. Da ist halt der Fizz engage ganze Zeit auf die Zoe und die kann halt geachtet sie halt raus. Da ist ja mal ein Dings bauen. Ist ja schon dran. Oh, die wollen meine Red. Oh, die haben wir nicht schon. Oh, die haben wir nicht schon. Oh, sch. Genau. Oh, die haben wir nicht gesehen. Kann nicht. Okay, dass ich halt wiederkommen Ich war halt gerade gar nicht da Ja, aber die haben halt einfach einen Engage kommt Ja, ich weiß Was soll ich machen? Man, die Bär Ja, ich weiß Oh Was, woher kommen die Tastan auf? Hallo Das sind nur zwei Wenn auf einmal Aber ein Lucky Teamfight könnten wir schon drehen Ach ja Triss ist schon fette Okay Ja, ich weiß Oh Oh Die Draußen ist Belassen Die ging daneben Hat auch so massig CC einfach nur Okay 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 Oh Okay Okay Jetzt Okay Ja, 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 ja! Name of her life, Ramis. And I scream. And I scream. 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 I scream.